Neuss? Neuss, kannst du mich hören? Ja, Teufel. Ich kann dich laut und deutlich hören. Ich bin relativ weit nördlich. Ich bin Sendemast hochgeklettert, um einfach einen Blick auf das ganze Gelände zu kriegen. Vor mir ist ein kleines Dorf. Vielleicht haben wir da Glück, weitere Lebensmittel zu finden. Okay, pass aber auf. Es sind sehr viele Zombies auf der Straße. Aber natürlich, ich bin der Sheriff. Ich passe doch immer und immer wieder auf mich auf. Ich muss dir keine Sorgen machen. Falls ich mich nicht melden sollte, komm einfach vorbei. Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Seit über zwei Jahren kämpfe ich hier um mein Überleben in Tschernarus. Jeden Tag stehe ich auf, packe meine Sachen zusammen und sorge mich darum, wie es weitergehen wird. Bis zu diesem einen Tag. Ich wollte mir neue Nahrung beschaffen und wurde in dem Moment von Zombies umringt. Ich wusste keinen Ausweg mehr. Die Gefahr war so real und ich verlor im Kampf um mein Leben das Bewusstsein. Doch was dann passierte, ist mir bis heute noch ein absolutes Rätsel. Ich hatte einen Traum, der so real war, greifbar und spürbar, dass ich mir nicht sicher bin, ob es nur ein Traum gewesen ist oder doch die Realität war. Ich war an einem Ort, der so mystisch und geheimnisvoll war, dass ich es mir nicht erklären kann, wo dieser Ort liegt. Seit diesem Tag ist dieser Traum wie ein Splitter in meinem Kopf, der nicht verschwinden will. Ist es wahr oder war es doch nur ein Traum? Ich werde und muss es herausfinden. Oh mein Kopf. Oh, wo bin ich? Oh. Moment mal. Wo zur Hölle bin ich? Und wieso schneit's hier? Ähm, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Was ist das? Was ist das für ein Ort? Ähm, okay. Wir brauchen Prioritäten. Ich denke mal Nahrung und warme Klamotten. Immerhin schneit's hier. Okay. Ich laufe gleich mal los. Und dann versuchen wir jetzt erstmal bessere Klamotten und natürlich was zu essen zu finden. Ich, ich hab keine Ahnung, was für ein Ort das hier ist. Und in diesem Sinne natürlich. Was geht ab, meine Überlebenskünstler? Und willkommen zurück zu einem weiteren DayZ-Video. In dem heutigen Video, ihr seht schon, wir sind auf Namalsk unterwegs. Ich bin natürlich komplett auf den PC gewechselt. Und der ein oder andere, der es nicht weiß, Namalsk ist schon sehr hardcore-lastig Survival angelehnt. Also man friert hier sehr schnell. Nahrung ist auch relativ schwer, weil das alles eingefroren ist. Und man muss es an so direkten Feuerstellen erstmal auftauen, um es essen und trinken zu können. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, wir gucken, wie weit wir hier auf der Map von Namalsk kommen. Und wie gesagt, die Prioritäten sind gesetzt. Wir brauchen Nahrung, gute Klamotten und natürlich ein bisschen Schießeisen, um uns natürlich zu verteidigen. Oh, 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 oh. Ich glaube, da hinten ist ein kleines Military-Gebiet. Das checke ich gleich mal ab, aber vielleicht finden wir ein bisschen Military-Klamotten. Die wärmen ein bisschen besser. Ja, Mann. Oh, oh. Rein in die Olle. Jetzt hoffe ich nicht, dass hier irgendwo einer rumeiert. Ich bin friendly. Ich bin ganz, ganz netter. Ich will nur ein paar Waffen, um andere Leute zu erschießen. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier kriegen. Oh, das sieht schon mal sehr gut aus. Eine Weste. Das Mac nehmen wir auch mal mit. Den Helm nehmen wir mit. Der wird mich jetzt wahrscheinlich nicht so gut wärmen. Achso, ich musste erst die Lampe wegschmeißen. Und Rotpunkt nehmen wir auch mit. Wir haben auch standardgemäß schon eine Pistole dabei. Aber wir könnten uns dann schon mal wenigstens verteidigen, wenn was wäre. Das ist schon mal sehr wichtig. Und hier liegt gleich eine AK oder was ist es auf dem Boden? Da ich kein Messer dabei habe, müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Nein, Zombie sehe mich nicht. Nein, nein, bitte nicht. Ich bin ultra lieb. Nein. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Ja, ich habe kein Messer und schon ein Schnitt. Das ist natürlich sehr optimal. Habe ich was? Ja, habe ich. Ach doch, ich habe ein Messer dabei. Habe ich gerade gesehen. Okay. Eine kugelsichere Weste und ein Helm. Das sieht ja schon mal ganz schnieke aus. Aber leider noch nicht warm genug. Denn ich kann es gerade mal zeigen. Hier im Menü zum Beispiel. Hier mein Gesicht friert. Das ist dann blau hinterlegt. Das heißt, wir brauchen deutlich bessere Klamotten. So, hat der irgendwas dabei gehabt? Nein, hat er nicht. Das Messer nehmen wir gleich mal hier auf die Schnell und hier noch drauf. Okay, das nehmen wir auch mal mit. Oh, da war ich noch nicht drin. Fettes Mac. AK74. Ja, nehme ich jetzt einfach mal mit. Ich glaube, da habe ich gerade Max eingesammelt für. Das Messer nehmen wir natürlich auch mit. Ganz arg wichtig. Schuhe brauche ich noch nicht. Das nehmen wir mit. Das ist ein Holster hier am Bein. Ah, habe ich schon. Perfekt. Okay, das sieht ja jetzt schon mal gar nicht so bad aus. Ist noch eine Koppel mit einer... Oh. Die Muni nehmen wir mit. Den Rucksack können wir so anziehen. Dann haben wir wieder ein bisschen mehr Platz. Ähm, was ist das für ein Helm? Sieht der besser aus wie meiner? Ja, wir gehen jetzt nach Optik, liebe Leute. Ja, das sieht doch einwandfrei aus. Genau, hier hat man es jetzt zum Beispiel. Hier gibt es solche Feuertonnen überall auf Namalsk. Und da muss man natürlich ein Feuer machen und dann seine Sachen außenrum legen, damit die auftauen, damit man sie überhaupt essen kann. Und das erschwert natürlich einiges, wenn man erstens einmal ultra krass Hunger hat und du aber dann nicht sofort essen kannst, sondern das Ganze erst vorbereiten musst. Das heißt, hier müssen wir schon ein bisschen mehr Planung reinstecken. Ack mal, da hinten ist die große Stadt. Und soweit ich weiß, ist hier vorne noch so ein kleines Dörfchen. Da looten wir uns einmal ganz kurz durch und passen natürlich auf, dass wir niemanden in die Hände rennen. Ack mal, hier liegt eine SKS. Absolute Lieblingswaffe hier an der Stelle. Die SKS ist einfach Liebe. Das Problem ist nur, die ist nicht nachgeladen. Da ist natürlich kein Schuss drin. Und ich habe leider auch keine Munition dafür. Perfekt, perfekt, perfekt. Ich habe ja die KM-Magazine und da wird natürlich SKS-Munition geladen. Das bedeutet, ich habe jetzt hier schon mal 13 Schuss für die SKS. Ich habe hier ein paar Magazine. Das heißt, ich werde wahrscheinlich ein Magazin mal für die KM behalten. Obwohl ich keine KM da habe. Eigentlich könnte ich sie komplett leer machen. Und dann hätte ich auf jeden Fall richtig gut Muni für die SKS. So, ich habe ein bisschen was, um mich zu verteidigen. Da hinten sind die Hochhäuser. Wir begeben uns in die Stadt. Das ist auf jeden Fall eine heiße Zone. Das weiß ich. Da hört man öfters mal Schüsse. Da sind irgendwelche Sniper meistens immer auf den Dächern und versuchen, die Leute wegzusnipen. Ich hoffe nicht, dass wir ein Opfer werden von diesen Scharpschützen. Aber wer weiß. Vielleicht trennen wir geradezu in unseren Tod hinein. Willkommen in Bokuta. Die Stadt, soweit ich weiß, heißt Bokuta. Und, äh, ich werde definitiv ein bisschen nervöser jetzt hier. Alter, ich habe gedacht, das wäre ein Spieler da vorne. So ein Zombie, Mann. Soweit ich weiß, gibt es hier auch, ähm, die Schule und... Wow. Yo, yo, bro, bro. Relax, relax, relax. I'm friendly. What's up, dude? Bro? Can you hear me? Friendly. Yeah, friendly, friendly. Me too, me too. So, don't worry. Okay. Okay, so, so, what are we doing? Okay, 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 okay. I put my gun away, okay? So, please, please put your gun away, bro. No, fire. Alright, alright, alright. So, stay alive, man. Stay alive. Yo, bye, man. Bye, bye. Bye, bye. So, Leute. Unsere erste Bekanntschaft hier auf dem Server. Ich war gerade wirklich nervös. Weil ich habe ihn nur so im Augenwinkel gesehen. Ich hätte jetzt natürlich ein bisschen mehr Kontext mit dem machen können. Aber ich möchte natürlich nicht, dass das so schnell wie möglich hier endet, diese Reise. Ah, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Da ist die Schule. So, jetzt hoffe ich nicht, dass der hier am Brunnen chillt und mich irgendwie weg macht. Ja, die Sporthalle ist offen. Ne, scheint gut zu sein. Ich mache mal hier einmal ganz kurz zu. Pack mal kurz meine Dinger weg. Ähm, ich trinke mich einmal voll und dann mache ich die nochmal kurz voll. Okay. So. Mehr Trinkgefäße habe ich schon gar nicht mehr. Ich habe nur eine Flasche. Ja. Ha. Wenn man es sagt, da liegt die zweite. Die nehmen wir doch gleich mal mit. Sehr geil. Okay, ich würde jetzt auch sagen, wir verlassen die Stadt hier. Haben uns jetzt ein bisschen aufgelootet. Jetzt kommen wir wenigstens ein Stückchen. Das beste Ziel, was natürlich wäre, ähm, wenn ich Wild schießen würde. Das wäre natürlich optimal. Weil dann haben wir natürlich deutlich mehr Fleisch und mehr zu essen. Und dann könnten wir vielleicht noch ein Feuer machen. Oh, das ist so gut, liebe Leute. Das ist so gut. Einfach wieder dieses, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Geil. Das ist wie der Adventure. Einfach mal loslaufen und gucken, was man findet. Hier ist ein Jägerstand. Ne, ich bin nicht am Military. Oh, was ist denn das für ein Platz hier oben? Das ist so eine Müllhalde, oder? Ne, ich habe ja keinen Scope. Hätte ich einen Scope, würde ich da runter luken. Oh ja. Die Muni kann ich sehr gut gebrauchen für meine Mosin. Das ist zwar Leuchtspur, aber das interessiert uns auch nicht. Das ist die Frage, gehen wir da runter, oder? Checken wir, ähm, die Suche nach Wild. Aber vielleicht, wenn wir hier so ein bisschen durch den Wald laufen, vielleicht hören wir ja mal ein Reh. Das wäre mal optimal. So, dann checken wir mal die Müllhalde hier vorne ab. Ich habe keine Ahnung, ob man hier guten Loot bekommt. Oh shit. Okay, der wurde abgeknallt. Der wurde gerade abgeknallt. Gleich mal beobachten. Ja, da stehen Spieler drin. Ich könnte jetzt ein Arsch sein und ihn einfach abknallen mit der Mosin. Das Ding ist halt, ich würde ihn, blöd gesagt, jetzt angreifen, wenn ich wirklich was brauche. Also jetzt Waffen, Nahrung oder sonstiges. Aber da ich alles habe, ich mich gerade nicht beschweren kann, für was soll ich da denn jetzt angreifen? Das ist nur die Frage, ob ich näher gehe und versuche mit ihm zu quatschen. Gar nicht auffällig, da so rumzuschleichen. Na, wo ist der hin? Hello? Hello, hello? Hello? Dude? Hello? Oh shit. Wo ist der hin? Oh scheiße, da war er. Hello? Hello, hello? Hey dude, what's up? Hey. 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 We meet us already in the town, I think. Maybe, maybe. Oh okay, don't worry, I'm friendly, man. I'm friendly. How are you doing? Okay, me too. How are you doing? I'm fine, okay. And you? Yeah, I'm fine. Do you need something? Something to drink or something to eat? Uh, no, thanks. Oh, okay, okay. Okay, so stay alive, man. So, good luck. Yeah, you too. Yeah, bye. Thank you, bye bye. Bye bye. Da haben sie mich natürlich hart verarscht. So, liebe Leute, nachdem das jetzt nicht so geil gelaufen ist, habe ich mir gedacht, ich spawne jetzt auf der anderen Seite und versuche so schnell wie möglich wieder an diesen Schrottplatz zu kommen oder besser gesagt da dahinter, weil die wollten auch in irgendeine Richtung und ich weiß, da gibt es nämlich eine Military Base und genau dort laufen wir jetzt hin. Ich rüste mich auf jeden Fall erstmal aus, vielleicht treffen wir sie davor, das weiß ich nicht, aber wir schauen jetzt einfach mal. Ich versuche denen sowas von den Arsch aufzureißen. So, liebe Leute, der Cowboyhut sitzt. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Waffen und dann können wir da einfach mal den Arsch aufreißen gehen. Oho, oho, hoppla. Könnte das eventuell die AK sein, die mich umgebracht hat? Hä, wo ist denn der? Ach, der ist da oben. Oh, den hätte ich gerade vielleicht ein bisschen ergaunern können. Möglich wäre es auf jeden Fall, dass es einer von den Schrottplatzleuten ist. Ich weiß nicht genau, was dem seine Mission ist. Ich glaube, der ist in diesem Bauwagen drin. Boah, das ist ja klar, dass ich jetzt noch gegen den Zombie kämpfen muss. Komm, weg mit dir! Der ist down. Ich habe nur eine Schnittwunde. Ich weiß nicht, ob er richtig tot ist. Das sollte ich definitiv überprüfen. Nein, besser nicht. Oh, ich bin so tot. Oh, ich bin so tot. Jetzt kommt das Helf um die Ecke. Nee, er ist tot. Ich habe es geschafft. So. Ich hoffe, dass der tot ist da drüben. Ich glaube aber ja, und wer rennt da hinten rum? Oh nein. Der lebt wieder. Der ist dead. Nein, 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 nein! Holy shit! Da waren die wieder zu zweit unterwegs. Oh Mann! So, liebe Leute. Ich habe gehört, alle guten Dinge sind drei. Jetzt probieren wir es nochmal. Mehr wie nichts verlieren kann ich nicht. Da liegt einer auf dem Boden. Oh, da ist er doch. Ich habe ihn. Ich muss nur so schnell wie möglich finishen. Da ist er dort. Nein, 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 Zombie. Komm ran. Ich hoffe, dass es er jetzt auch war. Nein, 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 nein. Oh scheiße. Ich kann nicht reloaden, oder? Jetzt wird's tricky. Ich habe ihn. Schnelles Messer, schnelles Messer, schnelles Messer, schnelles Messer. Ach nee, der ist dead. Ich habe zwei Schnittwunden. Ich packe mir jetzt alles so schnell wie geht. Habe ich seinen Rucksack kaputt gemacht? Habe ich tatsächlich. Was ist mit dem hier? Nein, 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 nein. Oh, relaxed euch doch alle. Ich muss erst mal weg. Ich muss mich bandagieren. Ich kipp sonst gleich um. Ja, ja, fightet ihr mal. Bandagier dich doch. Oh nein, ich blink schon. Ich werde so hart ohnmächtig. Das ist ein hartes Überleben hier auf Namalsk. Was hat denn noch ein Mech da drin? Das Mech wäre jetzt natürlich perfekt. Und jetzt ist es natürlich so wundervoll grau für euch. Nein, ich werde bewusstlos. Warte mal. Ein bisschen Zucker. Nein, das ist gefroren. Das ist gefroren. Bei meinem Glück. Ja, nice. Alles gefroren. Dann nehmen wir zum Abschluss noch eine Multi. Ja, das war nicht der Plan. Ich bin so tot. Woher wusste der jetzt, dass ich da drin bin? Och Mann. So, liebe Leute. Nachdem das Ganze jetzt so turbulent gelaufen ist, dachte ich mir, wir looten jetzt einfach noch mal ein bisschen und laufen mal direkt aufs Airfield von Namalsk und gucken mal, was da so abgeht. Und hier in der Morgendämmerung sieht auch wundervoll aus. Kurzes Update hier an dieser Stelle. Nachdem ich aufs Airfield gelaufen bin und ich gemerkt habe, da geht nicht wirklich viel, habe ich mich etwas aufgelootet und habe mich dann natürlich wieder auf den Weg gemacht. Also im Prinzip kann ich mich eigentlich gerade nicht beschweren. Das läuft eigentlich ganz gut. Drei gute Waffen, gute Ausrüstung bis jetzt. Essen und Trinken haben wir auch. Jetzt ist natürlich nur die Frage, wo lang? Wir brauchen auf jeden Fall Medikstuff, weil ich bin krank. Das heißt, ich muss zu irgendeinem Krankenhaus. Und wo hier in Namalsk steht ein Krankenhaus? Das ist die Frage, liebe Leute. Ich weiß gar nicht, was das da oben ist. Das sieht doch aus wie so ein Krankenhaus, oder? Ist das das Krankenhaus? Wir werden es gleich sehen. Doch, 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 doch. Das ist ein Krankenhaus. Oh Gott, wie viel Dusel kann man denn haben, bitte? Scheiße, das sind ja übel viele Gebäude. Holy shit, wo bin ich denn jetzt? Wir haben eine Schule, eine Feuerwehr, ein Krankenhaus. Was zur Hölle ist das? Ich nehme es einfach mal kurz mit. Oder ist da irgendwas drin? Verwenden? Okay, was mache ich hier? Was ist das für eine Packung? Ich habe irgendwas verwendet. Ich habe keine Ahnung, was ich getan habe. Nice. Hä? Ah, guck mal mein Leben an. Oh, das war ein Medikit. Ach, jetzt. Ich brauche Tabletten. Ich habe angedacht, wie der größte sucht die. Was ist das? Äh... Okay, habe ich auf jeden Fall verstanden, was das für Tabletten sind. Aber wisst ihr was? Ich bin so verzweifelt. Ich werde sie einfach nehmen. Sind das Antibiotika? Vielleicht? Was waren das? Ich kriege nicht mal ein Tablettenzeichen. Was sind das für Tabletten? Was habe ich da geschluckt? Oh, was ist das für ein Komplex? Das ist irgendein Tape? Oh, was ist denn das für ein Komplex? Das sieht ja voll interessant hier aus. Aber leider keine Tabletten. Mal geht das Krankenhausgebäude da hinten irgendwie weiter. Hat der vielleicht den Loot ausgeweitet? Könnte mir das eventuell das Leben retten? Was ist das für ein Ort hier? Das ist die Schule. Nein, 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 lass mich in Ruhe. Nein, bevor ich jetzt aufs Dach gehe, checke ich erstmal die Räume hier. Oh, was liegt da hinten? Was liegt da hinten? Oh, um Gottes Willen, was sind das für Tabletten? Liebe Leute, was passiert hier? Was ist das? Ich weiß es nicht. Oh, jetzt habe ich ein Tablettenzeichen bekommen. Alter, das Tablettenzeichen ist wieder weg. Bin ich verpackt? Okay, krasse Location, wo ich hier bin. Kann man hier irgendwo rein? Ja, hier. Wow. Warum ist es so dunkel? Holy shit. Ist es vielleicht die Fabrik, wo man das Portal öffnen muss? Aber ich glaube, das ist hier. Habe ich irgendwas, um Licht zu machen? Ne, ich habe erstmal eine Taschenlampe weggeschmissen. Scheiße. Okay, wir müssen mal gucken. Vielleicht kommen wir da irgendwie runter. Aber hier geht es auch nach unten. Jetzt auch stark duster. Alter. Okay, kranke Scheiße. Ja, das ist blöd. Ich habe nichts, um irgendwie Licht zu machen. Das ist ärgerlich. Ich brauche unbedingt Medizin. Ich weiß halt auch nicht, was da oben so abgeht. Schade, dass ich jetzt kein Licht habe. Kein Nachtsichtsgerät oder keine Taschenlampe oder so. Ich wäre da definitiv runtergegangen und hätte mir das mal in Ruhe angeschaut. Aber so, ich habe da unten wirklich überhaupt nichts gesehen. Also das war wirklich schwarz. Einfach nur schwarz. Ich denke mal, mein Gemütszustand macht es halt an. Oh, da sind Wölfe. Da liegt irgendwas. Nein, haben die mich gesehen? Ja, die haben mich gesehen. Scheiße. Da ist ein Zombie. Shit. Wow. Wow, habe ich mich erschrocken. Du dämliches kleine Stück Scheiße. Aua, aua, aua. Komm, klar. Okay, ich habe zwei fette Schnittwunden. Nee, eine Schnittwunde. Wo ist der Zombie? Ah, der hängt da fest. Okay. Äh, Bandage, Bandage, Bandage. Nein. Lass mich in Ruhe. Lauf von mir vorbei. Holy shit. Alter, die Wölfe waren mal richtig schnell. Aber mal richtig. Oh, was? Okay, die Waffe macht wohl nicht so den Damage. Da oben sieht es auch interessant aus. Sieht aus wie so eine Military Base da oben. Dann noch ruhig. Scheiße, ich habe halt jetzt hier rumgeballert. Wenn einer hier in der Nähe ist, das hat er definitiv gehört. Sollte ich mal schnell sein. Alter, mich die Wölfe gerade erschrocken. Junge, Junge, Junge. Hier sieht es. Boah, was für ein Ausblick, Leute. Was für ein Ausblick. Was ist das da unten? Okay. Krass. Was für ein krasser Ausblick. Ja, da müssen wir mal hinlaufen hier. Wow. Das ist krass. Ich friere. Ich werde einfach nicht gesund. Ich glaube auch nicht, dass es gut ausgehen wird hier an der Stelle. Muss man halt mal so sagen. Das ist ewig weit weg da drüben. Was ist das denn? Ist das ein Airdrop? Nein, oder? Doch, das ist ein Airdrop. Okay, irgendeiner vor mir hat hier einen Airdrop gelootet. Ich weiß nur nicht, wie lange dieser Airdrop schon hier steht. Nein! Digga, wie viele Wölfe gibt es denn hier? Verzieht euch! Alter, ich habe nur noch 16 Schuss. Weg! Verzieht dich! Holy Shit! Alter! Ich kriege einen halben Herzinfarkt hier. Oh, wir probieren unser Glück. Ich kenne die Military Base aus Videos tatsächlich. Aus ein paar Videos kenne ich diese Base. Selber noch nie hier gewesen. Ja, rein in den Lachs. Sieht ruhig aus. Gehen wir erstmal rein. Und ich werde einfach nicht gesund. Ich werde einfach nicht gesund. Ich habe keine Ahnung, was für andere Tabletten das da sind. Aber irgendwie bewirken die nichts. Also, ich weiß auch nicht so recht. So. So. Jetzt bricht die Nacht wieder an. Ich versuche so lange am Leben zu bleiben, bis die Nacht dann wieder überstanden ist. Machst du wohl die Türe zu jetzt? Danke. Oh, noch mehr M4 Muni. Sehr gut. Jetzt habe ich halt natürlich wieder Durst ohne Ende. Oh, was ist das für eine Waffe? MBR. Und ein fettes Jagdscope. Aber Jagdscope brauche ich eigentlich nicht. Wir haben die Nacht gut überstanden. Ich habe mir auch in der Nacht, habe ich mir hier noch ein Feuer gemacht im Ofen. Um einfach sicher zu sein mit den Nahrungsmitteln. Die sind jetzt alle aufgetaut. Soweit ist alles gut. Und wir würden jetzt, oder ich würde jetzt sagen, wir schauen uns jetzt hier die Base nochmal genauer an. Weil vielleicht finde ich hier ja doch noch ein bisschen Medizin. Also, das wäre echt wichtig. An einer Infektion zu sterben ist nicht so geil. Muss ich sagen. Oder was vielleicht helfen würde, ist ein Balaclava oder so. Dass ich mir irgendwas vor das Gesicht klatsche. Klar werde ich dann immer wieder krank. Aber das Problem ist halt einfach, ich friere. Ja, man sieht es hier. Ich friere einfach am Gesicht. Und vielleicht werde ich deswegen immer wieder krank. War da ein Wolf? Oh nein! Alter, ich habe richtig zu kämpfen mit den Wölfen hier. Was ist denn? Weg mit dir. Warum ist der Wolf überhaupt da? Ich checke erst mal ganz kurz die Lage, bevor ich hier irgendetwas mache. Hier ist die Türe offen. Hier ist alles clear. Okay, ich würde sagen, wir hauen jetzt einfach wieder ab. Nein, 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 Zombie, lass mich in Ruhe. Ich habe halt keinen Schimmer wo lang, ne? Keine Ahnung, für was diese Tabletten sind. Wirklich absolut keinen Plan. Ich schlucke sie halt einfach mal. Vielleicht bringt es irgendwann mal was. Wenn ich mir sicher wäre, dass ich da unten Medizin... Was? Oh, Zombie. Komm, kipp um. Oha, oha, oha! Was steckt denn der Zombie bitte ein? Ich glaube, was wie so eine Untergrund-Tunnel-Anlage. Ja, ist ein Tunnel. Oh, meint ihr, meint ihr, da wird es dunkel drin? Könnten wir eigentlich mal kurz angucken, gerne? Oha, wenn es da jetzt dunkel wird? Okay, das geht noch. Holy shit! Hier pfeift der Wind durch, Junge. Oh, ach du Scheiße! Warte, okay, umdrehen. Oh. Gott sei Dank. Raus hier. Alter, wie dunkel das da drin schon wieder war. Okay, ohne Licht kommst du hier nicht weit. Ich habe halt aber auch keine Fackel. Ich habe gar nichts, ne? Das einzigste, was ich probieren könnte, ist... Wir bauen uns jetzt eine Fackel. Das könnten wir probieren. Müsste ich aber zwei Fackeln bauen. Weil, wenn eine ausgehen sollte und wir da mittendrin stecken, dann ist es vorbei. Dann weiß ich nicht mehr den Weg raus und dann wird es, ähm, kritisch. Kombinieren, Fackeln herstellen, jawohl. Weil dann wird es richtig kritisch, wenn wir da nicht mehr rausfinden. Aber wir machen das jetzt. Wie viel Platz nimmt so eine Fackel ein? Ja, ein bisschen was. Okay, aber da kriege ich definitiv zwei Fackeln hin. Easy. Habe ich noch Bandagen? Scheiße, ich muss jetzt eine richtige Bandage nehmen. Aber kann ich nicht. Das muss nur mit Stofffetzen gemacht werden. Ich habe keine Stofffetzen mehr. Meint ihr, eine Fackel reicht, um da reinzugehen? Wer weiß, vielleicht reicht ja eine. Ich bin mir zwar nicht ganz so sicher. Weil ich einfach nicht weiß, wie weit dieser Tunnel geht. Wir laufen jetzt hier durch. Und ich weiß auch gar nicht, wie weit dieser Tunnel überhaupt geht. Okay, wir sind drin. Kombinieren, anzünden. Boah, man sieht ja gar nichts. Okay, wir müssen da aber echt durchsprinten. Okay, jetzt wird es ein bisschen heller. Sehr, sehr creepy. Sehr, sehr creepy. Aber wo führt dieser Tunnel hin? Das frage ich mich. Das Problem ist, wenn wir hier nicht... Also wenn die Fackel ausgeht und wir immer noch mitten im Tunnel stecken, dann... Dann ist es vorbei. Dann ist es vorbei. Definitiv. Ich sehe auch nicht das Ende von... Oh. Okay. Hier sind noch Züge drin. Ich könnte mir Stofffetzen machen. Falls die Fackel ausgeht. Könnte ich... Ähm... Ich lasse die Fackel jetzt einfach hier liegen. Nimm mein Messer. Ich sollte mich nur ein bisschen beeilen. Komm, 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 komm. Kombinieren. Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Warum? Komm, 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 da hinten lag auch noch was. Irgendein Stofffetzen. Komm. Ja, Stofffetzen herstellen. Perfekt. Es ist zwar jetzt gerade ein bisschen dunkel für euch. Ich beeile mich. Ein einziger Stofffetzen habe ich... Oh Gott. Ein Poncho. Als ob ich den nicht... Als ob ich den nicht zuschneiden kann. Nur wo ist der Poncho? Hier. Stofffetzen herstellen. Oh, so wichtig. So wichtig. Das ist so big. Vier Stück. Okay, das wird definitiv ein Weilchen reichen. Stöcke habe ich auch noch dabei gehabt. Zwei Stück. Easy. Ich könnte zwar jetzt die ganzen Züge hier oder die ganzen Waggons noch looten, aber ich glaube, da ist ziemlich viel Base-Material drin, ne? So Batterien wie gerade eben, so eine Autobatterie. Oh, das ist creepy. Das ist richtig creepy. Oder kommen wir hier zu einer Military? Was sind das für Sandsecke da? Wow, was geht denn hier ab? Ich muss ganz kurz was essen. Holy shit. Was sind das für Autos? Oh Leute, das gehört irgendjemandem. Ich bin nicht alleine. Nachtsichtsgerät. Ich bin nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Nein, jetzt nie ist mein Charakter hier auch noch rum. Ruhe. Haben die eine Batterie oder so? Ich bin definitiv nicht alleine, Leute. Okay, da ist ein Lock dran. Oh, scheiße. Oh, da war eine fette AK. Ist die Frage, soll ich lieber die AK nehmen? Oh nein, jetzt kommt der Lootgeier in mir wieder hoch und gleich bin ich tot. Wartet mal. Lass mal das liegen, bitte. Die AK hat 16 Schuss, da ist eine Batterie drin. Ich packe denen. Da waren Schüsse. Scheiße. Okay, Männer. Wir machen jetzt das Nachtsichtsgerät an. Versuchen dann hier rauszukommen. Was ist denn das für ein Nachtsichtsgerät? Ich sehe ja gar nichts. Oh nein. Was ist denn das? Okay, ich glaube, wir kommen nicht drum rum. Vielleicht brauche ich das andere Nightwishen. Jetzt werde ich safe irgendwie abgeknallt. Ich brauche zu lang. Ist die Frage, wenn ich die Fackel weglasse. Ich sehe nichts. Was ist denn das für ein Nachtsichtsgerät, bitte? Okay, wir müssen durch. Wir müssen durch. Kommen, was wolle jetzt. Scheiße, ich sehe genauso viel wie vorher. Und ich weiß nicht, wie lange dieser Tunnel noch geht. Okay, wir versuchen jetzt einfach so schnell wie möglich. Wir haben es geschafft. Tageslicht. Tageslicht. Okay, jetzt müssen wir nur aufpassen. Da waren irgendwo Schüsse. Okay, erstmal weg hier. Ich habe halt keine Ahnung, wo wir jetzt sind. Also, wir sind auf jeden Fall Küstenseiter. Was ist denn das da oben? War ich da nicht vorher? Eine verdammt gute Frage. Was war das? Nein. Nein, nein, nein. So, liebe Leute, bleibt auf jeden Fall gespannt. Die Fortsetzung wird definitiv folgen. Und in diesem Sinne werden wir dann natürlich schon am Ende von diesem Video. Wenn es dir gefallen hat, dann gib mir doch einen Daumen nach oben. Abonnier den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Und in diesem Sinne, bleibt geschmeidig. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.